Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute ist Montag und das ist die schlechte Nachricht. Die gute, vor uns liegt eine neue Woche mit neuen Spielen und die schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Los geht's! Vorweg, ich bin gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Und bevor sich meine Stimme komplett verabschiedet, machen wir die Zusammenfassung heute mal ganz, ganz, ganz kurz. Also, für morgen, den 30. Januar, habe ich zwei Spiele auf dem Zettel. Einmal Rugby 24, Nischen-Sportart hierzulande, aber doch immer beliebter. Zum Spiel selbst gibt es noch gar keine Materialien. Es gibt so einen allgemeinen Sport-Trailer von Narcon, der wurde letztes Jahr veröffentlicht, bevor das Spiel verschoben wurde. Naja, mal gucken. Ebenfalls morgen, Teppo and the Secret Ancient City, ein Indie-Jump'n'One. Äh, ja, nichts, was vom Hocker haut, aber sieht auch nicht so ganz lustig aus. Und dann sind wir bei Mittwoch, dem 31. Januar, Speed Crew, ein Multiplayer-Geschicklichkeitsspiel. Geht so in die Richtung von Overcooked zum Beispiel. Und dann sind wir schon bei Freitag, dem 2. Februar, da habe ich hier drei Spiele. Einmal natürlich Suicide Squad Kill the Justice League und da ein ganz großes Vorsicht. Erstmal, die Previews sind alle so, naja, ausgefallen. Und jetzt kommt heraus, dass Publisher Warner sehr geizig in Sachen Review-Keys ist und diverse Magazine im Vorfeld des Releases nicht beliefert. Na ja, das könnte was bedeuten. Insofern, Vorsicht, wartet erst Testberichte ab, bevor ihr da zuschlagt. Ebenfalls am Freitag dann noch Persona 3 Reload, ein japanisches Rollenspiel und ebenfalls aus Japan Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Kein Rollenspiel, dafür ein Actionspiel. Im Anschluss gibt es die Trailer zu den sechs Spielen und ganz am Ende, da sehen wir uns nochmal kurz wieder. Im Anschluss gibt es die Trailer zu sehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, take it, you're ready for this? Shall I show off a little? You're outmatched. I'll show you the difference in our levels. Itadori! Let's hit him with a one-two! Huh? Nanami! I'll lecture you later. Then, once we've both got an opening, we'll shower him with gloves. There! There's really only one piece of advice I can give you. And believe in me, it's simply swapping my position for that of my opponents. A boogie-woogie! Now we've reached the time where our technique actually begins. Because that makes me the worst possible match for you! I'll do it! Domain Expansion! Chimera's Shadow Garden! Broaden it! Interpretation of the technique! Domain Expansion. Malevolent Shrine. This is how Jujutsu should be used. Shall we share a little heart? Maki! I know! You can't exorcise us. We curses are the true humans. Domain Expansion! Domain Expansion. Infinite Void. I have to get strong or I won't be able to choose how I die. Black! 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 But I'll become strong. So, das waren sie euch schon, meine Highlights für diese Woche. Habe ich irgendetwas vergessen? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und verratet mir dort auch, ob irgendetwas für euch dabei ist. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video, trotz der Kürze, diesmal wie immer gefallen hat. Dann lasst gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, macht's gut.